Hallo und Willkommen bei Gustav Ruhl. Wir machen heute einen Spaziergang durch Frankfurt und besuchen unsere Mitmacher. Zeig mal, mit wem fangen wir denn an heute? Danke schön. Ich würde sagen, wir fangen an mit Aclinea. Das ist die Idee. Da gehen wir hin. Ich bin der Martin Schul, hier in meinem Küchenladen im Oederweg 100. Meine italienischen Küchen von Aclinea verkaufe ich jetzt seit über 15 Jahren. Deswegen bin ich natürlich auch bei Gustav Gut dabei. Ich liebe Italien. Ich liebe Kelkheim und ich liebe Lust auf Gut. Mein Name ist Jens Lindner und ich mache das Praxismanagement für die Zahnärzte im Max-Beckmann-Haus. Und weil die Zahnmedizin besonders gut machen, sind wir auch ein Gutmacher von Lust auf Gut. Hallo, wir sind bei Lust auf Gut, weil wir Lust auf gute Zähne haben. Hallo, das ist der Alfred Küchle. Ach, seine Haare voller hübschen Menschen. Ich habe mich mitgebracht. Wo kommst du denn her? Wo gehst du hin? Wir gehen mal in seinen Laden. Auf unserer Gutmacher. Auf unserer Gutmacher. Auf unserer Gutmacher. Da sind wirklich viele gute Zähne. Da sind die besten gute Zähne. Oder was? Hallo. Ich denke guten ein. Es ist ein gutes Essen. Und deswegen bin ich in Lust auf Gut. Wir sind hier bei der Zähne. Bei Schemamin. Ich liebe gutes französisches Essen. Deshalb sind wir bei Lust auf Gut. Wir sind hier bei Raumstation. Normalerweise ist der Dominik Wolf da. Der liebt gute Bäder und Lust auf Gut. Lust auf gute Gefäße. Gute Blumen. Gute Gestaltung. Gute Leute. Lust auf Gut. Gemeinsam sind wir in der Stadt Frankfurt. Herzlich Willkommen bei Fischwanke, mein Name ist Gregor Hirtz. Wir bringen guten Fisch unter das Volk und deshalb sind wir in Wurst auf Gut. Wir bringen guten Fisch.